Und weiter geht's jetzt hier mit der Dämmerung, Raubschlaffeld, Mond, das machen wir wie gewöhnlicher Feld und damit ab reingeht's. Ja, also Blitzattacke, Blitzattacke, Thunderstorm, Fleisch. Einfach auf das angelehnt. Ja, das, man kennt das noch. Ja gut. Irgendwo muss man ja ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und ich hab mal wieder gar nichts gegen Champions ausgerüstet. Und ich bin mal wieder supra ausgerüstet. Na, ähm, ja. Okay, was zum verdammten Teufel ist hier grad passiert? Ich hab mich immer wieder geheilt. Dann bin ich fast gestorben und jetzt bin ich gestorben. Kannst erstmal Granaten fressen. Ich bin gleich selber schon wieder tot. Na egal, voll kann rein da. Warum nicht? Wenn schon, dann richtig oder gar nicht. Aber wenn's vielleicht nicht grad die beste Idee ist, da hinfach trotzdem reinzurennen. So. Recht damit. Okay. Yo. Das ist ja mal wieder fantastisch. Dann machen wir das halt eben so. Keine Ahnung, wie man diesen Tag von dem Ding benutzt. So richtig. Ich bin manchmal passiert's einfach. Na klar, jetzt so immer krieg ich den das Netz bespannen, auch wenn ich's grad gar nicht brauche. Ich versteh' das nicht. Hm. Na egal, das hat sich dann jetzt auch erledigt, wie's aussieht. Ja, wirklich gern geschehen. Xivu Arath macht keinen Hehl aus ihren Absichten. Aber ich befürchte, dass wir einen Teil des Plans unserer Feinde übersehen. Vielleicht im Moment. Aber wir werden bald einen Kriegsgeist haben. Wenn jemand Xivu Arath überlisten kann, dann ist es Rasputin. Das klingt so, als wäre Rasputin wirklich in der Lage, Xivu zu überbieten. Aber, naja. Überlisten, was auch immer. Irgendwie hab ich so das Gefühl, dass Rasputin dafür nicht ausreichend ist. Ja, gut, dann hast du jetzt. Wir haben ja gesehen, wie gut das geklappt hat. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Warte, was? Was denn hier passiert gerade? Na ja, hau' man den auf jeden Fall mal wieder. Was zum... Es kommt immer zu den passendsten Zeitpunkten. Hm. Ja, komm. Ich mach gefühlt auch gerade gar nichts irgendwie richtig, ne? Ach komm, wie zum Teufel hab ich den jetzt gerade verfehlt? Hm. Nee, der ist es nicht. Schließ mich an und ich öffne erneut die Tür. Niemand macht hier ganz Chaos. Ganz einfaches Ding. Hier wird einfach jeder zerbombt. Ach komm. Was zum Teufel seid ihr hier gerade schon wieder los? Okay, das hat sowieso nicht treffen können. Hm. Irgendwie muss man das Netz doch machen können. Ich versteh's nicht. Ach komm. Und da haben wir noch mal den nächsten Typen hier, der irgendwie eine Störung rausbannern muss. Infantriere, maler Hayatis, Subgeist, Tresor. Aber vorher darfst du erstmal der Laserspaghetti ausweichen. Und das sind so Dinge, die wir halt tun müssen, wenn wir hier vorankommen wollen. Und schon können wir uns hier weiter durchsneaken. Ja, das war komplett sinnlos. Und schon sind wir wieder hier. Ja, das reicht nicht ganz. So oder so haben wir jetzt hier den Laserkern. Und da haben wir gleich den dritten. Oder zwei. Oh, ne. Jetzt hat sich's aktualisiert. Achso. Ich spawn hier drin. Ups. Ja, komm, ihr könnt jetzt auch erstmal gegrillt werden. Okay, keine Ahnung, wie der jetzt gerade schon wieder gestorben ist, aber... Muss man jetzt auch nicht verstehen. Fakt, der fragt sich danach. Da wären wir. Mehr. Jetzt haben wir noch das übrig. Welche haben wir denn das jetzt hier? Ich mein... Mister, ich kann nicht auf... Ähm... Kannst nicht lassen. Ist ja auf jeden Fall woanders. Das war ja, glaube ich, bei Charlemagne. Also halt Calgorav, oder wie immer der Typ heißt. Ja, das war das Ding, was wir jetzt hier haben. Ja, dann kann man einfach mal voll und mehr auf den drauf gehen. Okay. Natürlich, das bringt ein Grad in dem Moment verschwunden. Naja. Ich denke, das bringt was. Okay, was? Keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber... Hier geht auf jeden Fall einiges ab. Also, die erste Hälfte brauchen wir noch mal gleich. Ja. Nicht ganz, aber es ist nah dran. Die Sprengleidung hab ich. Dann kommt gleich noch die zweite. Vorausgesetzt. Man kann das hier noch einliefern. Abliefern. Was auch immer. Ei, ei, ei. Nö. Nächster Typ. Und da haben wir auch die vierte Batterie. Ja, komm. Direkt daneben. Schon wieder. Was zum Teufel? Was ist dir jetzt hingefallen? Hallo? Jetzt so. Ja, diese komische Anziehungskraft bringt da auch nichts. Und zack. Einfach waren. Warum nicht? Gibt es jetzt einfach noch mit der Faust eins. Ne? Verteidige den Subguys-Transfer. Was soll der bringen? Hier was? Irgendwo so ein 100k-Shot. Warum interessant? Ah, da bist du. Na ja, komm. Na doch. Das war sogar hier. Also war es ja richtig. Hierunter zu stücken. Auch wenn diese ganze Nummer ja sowieso nicht wirklich wir gebracht hat. Ah, da. Na ja, komm. Also die Distanz verfehlen ist auch eine Kunst für sich. Vor allem einfach so mit dem Hammer, den ich gerade geworfen habe. 30.000 oder was? Was zum Teufel ist dieser Schaden hier? Bitteschön. Ist mir klar, das ist nicht wirklich viel, aber trotzdem. Wo ist dieses Ding jetzt schon wieder hin? Ja, wo auch immer es ist, wir werden es finden. Ah, da. Ja. Ja. Was wird das Doe zum Zweite ist? Naja, hat es mich halt noch einmal erledigt. Halb so wild. Der Subgeist ist unter unserer Kontrolle, gut gemacht, Hüter und konservierte Geister, die sich an eine schwache Existenz klammern. Ich vermute, das war nicht gerichtet. Hast du dieses Rätsel ganz alleine gelöst? Ich habe Klobis Kommunikation gekappt. Ich glaube, seine Antwort war sowieso nicht wichtig. Evakuierung bereit. Naja, Evakuierung von was bitte? Naja, wie auch immer. Damit würde ich sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.